In dieser Klasse werden wir die Studie über Baugruppen beginnen, die die Umgebung Assembly kennen und die anfänglichen Operationen zum Erstellen von Sätzen. Baugruppen sind Baugruppen, die aus einigen oder mehreren Teilen bestehen, und können unter Baugruppen enthalten. Bei denen es sich um Teilbaugruppen von Teilen der Baugruppe handelt, die zuvor montiert und der Hauptbaugruppe hinzugefügt wurden. Beginnen wir mit der Klasse. Wir werden ein Bela-Kolbenset zusammenstellen, dessen Teile in der Klasse erhältlich sind. Zuerst greifen wir aus dem Menü Datei, neu auf den Datei-Typ Assembly zu. Beachten Sie, dass das Feature Baugruppe beginnen automatisch angezeigt wird, sodass Sie Teile für die Montage einfügen können. Offene Teile oder Baugruppen-Dateien werden aufgelistet und sehen, dass wir sie leicht einfügen können, indem Sie auf den Grafikbereich klicken. Das erste eingefügte Teil wird an der Quelle befestigt und notiert den Buchstaben F neben dem Namen, der anzeigt, dass die Komponente fixiert ist. Um weitere Komponenten einzufügen, gehen wir zum Menü Einfügen, Komponente. Sehen Sie, dass wir vorhandene Dateien einfügen können. Fügen Sie eine neue Part-Datei, die uns erlaubt, die Komponente in der Baugruppenumgebung zu erstellen, aber seine Informationen werden in der Teile Datei speichert werden. Oder wir können noch eine neue Baugruppen-Datei einfügen, die einer Unterbaugruppe dieser Baugruppe wir arbeiten. Wir haben uns entschieden, ein vorhandenes Teil einzufügen. Wir suchen die Kurbelwelle und positionieren sie mit einem Klick mit der Maus im Grafikbereich. Sehen Sie, dass wir dieses Stück frei bewegen können und weiter werden wir sehen, wie Einschränkungen einfügen. Lassen Sie uns eine andere Komponente einfügen, indem Sie zwischen den Programmfenstern mit Hilfe der Maus ziehen. Wir können auch aus Windows Explorer Fenstern ziehen. Um eine Kopie einer Komponente zu erstellen, ziehen Sie sie einfach aus dem Feature Manager und halten Sie die Steuerung-Taste gedrückt. Dazu können Sie auch eine Komponentenfläche im Grafikbereich auswählen, die Steuerung-Taste gedrückt halten und den Grafikbereich ziehen. Beachten Sie diese andere Assembly, die bereits die Einschränkungen korrekt hinzugefügt hat. Wir können es mit Hilfe der Maus bewegen und seine Arbeitsvorgänge simulieren. Wir können die Eigenschaften der Baugruppe überprüfen, indem wir das Menü Extras, Evaluieren, Leistungsbewertung aufrufen. In dem Fenster, das geöffnet wird, werden Informationen angezeigt. Z.B. Die Anzahl der Komponenten der Baugruppe Die Beschreibung der Baugruppendateien, die angeben, welche Teildateien sind und welche Unterbaugruppen sind, unter anderem In der Montage-Umgebung können wir alle Anzeige-Funktionen nutzen. Sehen Sie, dass wir schnell auf jede Komponente der Baugruppe zugreifen können, da diese im Feature Manager aufgeführt sind. Wir beendeten diese Klasse, wo wir unsere Studie über Assemblies begannen, lernten ein wenig über die Assemblie-Umgebung kennen. Die Klasse, 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 die